Ein Nerd ist normalerweise nicht der beliebteste auf einer Party, aber heute ändert sich alles. Kann er Freundschaften schließen und Mädchen mit ein paar tollen Streichen beeindrucken? Findet es jetzt auf Wuhu One Motion heraus. Hi, eine Cola bitte. Die Barkeeperin bemerkt ihn gar nicht. Da würde er wohl ewig warten müssen. Gib mir etwas Fanta. Hey! Ähm, Cola. Eine Cola für mich. Vielleicht wird er bei einem Mädchen mehr Erfolg haben. Hi, willst du tanzen? Nein, nicht mit mir. Hey, wo gehst du hin? Hilf mir, diesen Nerd loszuwerden. Klar. Oh, das wirst du bereuen. Alle langweilen sich auf der Party. Sieht so aus, als ob diesem Ort etwas fehlt. Hey, seht mal, was ich hab. Eine Disco-Kugel bringt alle in gute Stimmung. Jetzt ist die Stimmung viel besser. Brett hat wohl etwas vor. Wuhu. Ja, mach weiter. Der Plan hat funktioniert. Ein paar Disco-Pilotten auf der Weste und er ist der König der Tanzfläche. Ich hole ein paar Drinks. Alles klar. Miss, hast du kaltes Wasser? Während der DJ an der Bar abgelenkt ist, hat Brett die Chance, alles zu verändern. Haha, lass uns eine andere Platte auflegen. Hey, das ist doof. Mach es aus. Das will doch keiner hören. Viel zu lahm. Beruhigt euch. Hört auf zu jammern. Ich werde es wieder in Ordnung bringen. Viel besser. Was ist denn jetzt? Das ist Brett's erstes Mal an einem DJ-Pult. Kein Wunder, dass seine Platte quaint. Wo kommt der Rauch her? Was geht hier vor? Alter, verschwinde hier. Lass den Profi ran. Und Sio rettet wieder einmal den Tag. Na los, Leute. Kommt, die Drinks gehen auf mich. Sio ist irgendwie müde vom Tanzen. Er hat einfach keine Ausdauer mehr. Er kann kaum noch seine Augen offen halten. Zeit für ein Nickerchen. Während er ein Nickerchen macht, hat Brett die Gelegenheit, Sio einen Streich zu spielen. Hey, Leute. Mini-Basketball. Wer macht mit? Genial. Los geht's. Haha, lass mich mal. Großartig. Drei Punkte. Und jetzt alle. Hey, was ist los? Obwohl, es ist lecker. Lass uns weiterfeiern. Hallo. Tolle Mütze. Danke. Bist du das erste Mal hier? Woher weißt du das? Sio kennt auch ein paar Party-Streiche. Während Brett sich mit einem Mädchen unterhält, würzt er seine Mütze mit Sojasauce. Möchtest du etwas Cola? Klar, ich probier mal. Mh, lecker. Es schmeckt so viel besser. Danke. Was? Ich glaub es nicht. Ist das wirklich Sojasauce? Bäh, das ist eklig. Was ist mit ihr los? Das Mädchen hat einen sehr merkwürdigen Geschmack. Nachdem sie Cola getrunken hat, taucht sie ein Chip in den Punsch. Mh, wow. Tolle Kombination. Willst du was davon? Ich hab's selber. Immer wenn Brett sich mit einem Mädchen unterhält, ist Sio in der Nähe. Hi, willst du tanzen? Oh, sicher. Gerne. Aber Brett gibt diesmal nicht so leicht auf. Wir werden sehen, wer gewinnen wird. Sio ist ein guter Tänzer. Aber unser Brett hat auch etwas, mit dem man ein Mädchen zum Staunen bringen kann. Sieht so aus, als hätten beide die gleichen Chancen. Sio will unbedingt gewinnen. Er bringt sie buchstäblich zum Himmel. Sie ist gleich wieder da. Unglaublich. Das kann nicht sein. Es ist zu hoch. Du bist ja verrückt. Lass mich los. Willst du tanzen? Nein, danke. Was ist mit dir? Keine Chance. Jeder auf der Party ist wieder gelangweilt. Nur Brett unterhält die Mädels mit seinen genialen Geschichten über chemische Experimente. Na warte, das wird sich gleich ändern. Ich werde die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Hey Mädels, ich tanze für euch. Wow, oh seht mal, was er an der Bar macht. Oh, wie du willst. Ich werde mich mit Hilfe der Wissenschaft um dich kümmern. Hier. Was ist denn das? Meine neue Erfindung. Eine super Röntgenbrille. Probiert sie aus. Das ist interessant. Haha, er hat eine Boxershorts mit Früchten an. Oh je. Ich hätte nicht gedacht, dass Jungs auch sowas tragen. Was ist denn? Warum lacht ihr mich aus? Die schönsten Mädchen im Club sind bei Sio. Ist das nicht so viel Aufmerksamkeit für einen Kerl? Ich werde dein Look etwas verändern. Gleich fertig. Lass uns tanzen. Die Mädels sind weg. Und Sio kann einfach nicht aufstehen. Hm. Dieser blöde Streich wird meine Party nicht ruinieren. Lasst uns weiter tanzen. Lass uns ein Video für TikTok machen, bevor alle weg sind. Ja, okay. Während Sio sich Videos anschaut, kann Brad einen weiteren Streich vorbereiten. Mal sehen, wie dir dieses Ketchup schmeckt. Bär, was ist das? Hey, wo geht ihr hin? Ich habe auch eine Überraschung für dich. Du wirst dich sehr bald wieder frisch machen müssen. Alles startla. Hey Brad, trink die Cola. Oh danke. Alte Streicher funktionieren immer. Selbst bei schlauen Jungs wie Brad. Aber anscheinend war er darauf vorbereitet. Brad wird den Anzug nur mit einer Bewegung los. Und er trägt ein tolles Hemd mit einer Krawatte. Zurück zur Party. Wow, er ist so elegant. Eine Pizza zu spendieren, ist einer der besten Möglichkeiten, beliebt zu werden. Leute, greift zu. Sie ist immer noch heiß. Yay, Pizza. Aber Sio wird etwas dagegen tun. Was ist mit dem Licht? Wen interessiert's? Ah, es ist zu scharf. Es brennt. Es ist viel zu scharf. Puh, puh, puh. Ich hatte eine normale Pizza bestellt. Was ist passiert? Brad wird herausfinden, wer daran schuld ist. Aha, da ist zu viel Soße auf der Pizza. Und Sio versteckt eine Flasche Tabasco. Stell dich nicht mehr in den Weg. Freunde, ich werde euch rächen. Der Tabasco-Kämpfer ist bereit. Scheint so, als ob er sich schon wie zu Hause fühlt. Ah, meine Beine. Pass doch auf. Tut mir leid. Ist schon okay. Du kannst sie behalten. Ja, bist du verrückt? Haha, sie ist darauf reingefallen. Sio steht wieder im Mittelpunkt. Die Mädchen beachten Brad nicht einmal. Hey. Ähm, es wird Zeit für drastische Maßnahmen. Was hast du da mitgebracht? Wartet. Ich werde euch ein cooles Experiment zeigen. Haltet etwas Abstand. Oh, das ist so cool. Eine Schaumparty. Das hat Brad zum König des Nachtclubs gemacht. Haben euch unsere lustigen Partystreiche gefallen? Schreibt uns, welcher Streich euch am meisten gefallen hat. Für wen wart ihr? Mehr für Brad oder Sio. Abonniert uns und klickt auf die Blocke und verpasst kein Video mehr von Wuhu War Motion.